servus zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren retten im run arion und steve ist natürlich wieder meiner seite hallo ich bin steven alles klar und ich bin heute mit meinem sehr sehr starken beschwörer unterwegs also eigentlich ist er nicht stark aber naja dazu mal nix steven wollte unbedingt ein display haben und ich komme gerade ich komme gerade auf 2900 ap mit dem seligen mitgefühl also mit den 200 magie verstärken von dem bar fair von dem beschwörungs geist was natürlich jetzt nicht gut ist da ich aber auch zeigen kann warte hier genau die ruhm stammwaffe ist noch nicht gefust und hat auch noch nicht wirklich gute maler steine drauf habe einfach kein geld auf dem bs wie man hier dran erkennen kann alles kann es ja machen wie du möchtest ist ja random ist komplett random ich habe keine beschwörungsteile ich habe kein geld auf dem bs was soll ich denn machen die sind so teuer hier noch nicht rausgenommen haben das also hauptsache beim jäger nicht mal mehr feile mit was schießt er eigentlich mit was schießt leute der npc ist ja mega geil was schon endlich sie ja der typ der der die quest gibt für rentos run der sagt was lauter ich kann euch nicht hören gut dass dir das so früh auffällt aber du hast es auf englisch ja gut egal ich hab mir reden die wahrscheinlich gar nicht ich habe ich ja die schreiben das nur in den chat rein so wie der dicke boss die schreiben das nur in den chat rein ich mag feuerwerke boom boom so jetzt kommt kommt was sagt der noch mal ich keine ahnung ich liebe feuerwerke oder so sagt er aber der sagt auch irgendwie boom also ich liebe explosionen boom so was in der art für die leute die es nicht wissen rentos der dicke boss hinten drehen mit den bomben der sagt auf deutsch sehr komische sachen wenn ihr gleich noch sehen bei nico können er das ja eh hören bei mir könnte es hören alle mal auf meinem kanal hast du eigentlich games und dann ja mittlerweile habe ich es angeschafft naja ja ich habe eigentlich mit obs ich habe ich habe ja was soll ich sagen während dem letzten level habe ich ja irgendwie die sounds nicht so gut hinbekommen da war es irgendwie ein bisschen leiser vom games und er ja ich habe ja auch am anfang ganz anders gehabt wie später ich muss ja erst mal meinen smooth finden apropos das ist auch der erste rentos ran den ich aufnehmen den random herzlich willkommen herzlich willkommen zu einer neuen zu einem neuen produkt auf diesem kanal bei steam habt ihr es ja schon gesehen bei mir neu für weite informationen bitte die produktinformation lesen die produkt ja gut bei beschwerden bitte wenn sie ihn an an den arzt oder apotheker alles klar wir müssen ja auch noch den duden machen du ich muss das nicht machen du hast gesagt du hast dafür eigenwerbung auf deinem kanal gemacht du machst du vorliest ne 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 doch genau ich will nicht vorlesen es wird peinlich erosion höllenkrall steht sogar mit einem plüsch nico ja gut das ist aber aufziehschnur nein das ist nicht richtig ich bin nie zu verkaufen ich verkaufe meinen körper nicht oder deine seele schon oder wie soll ich meine seele verkaufen an den teufel oder aber zum teufel kannst du mich mal eine frage ja klar ich muss jetzt mal kurz gerade offen ich hoffe der kenne uns aus youtube bleibt nachdem der endpost eine einer in der gruppe rum und wieso schreibt mir das habe ich ja gerade das gemerkt keine ahnung ich hab dich ja später reingeladen ja toll ich log extra für den um weil er sagt ne mach mal dispel du wolltest dispel ich wollte keinen dispel dass der dreht mir jetzt die wörter im mund rum er ist nicht lustig mir ist kalt also komplett wir sind doch hier gerade im random run da darf man schon mal was random wir schaffen die kanonig ich kann sogar noch drauf schießen wenn ich wollte nein das ist ja komplett random und mir ist kalt so machen warum es war wieder typisch dass wir vor fünf punkt null um nur ein was denn ich habe gesagt gogo muss mit dem account smb alles klar sie so ich habe was vorgelesen es kommt zurück echt das wird lustig der ist noch nicht ganz oben was wollte ich jetzt sagen bald kommt er das update raus 5.0 bei steven morgen beziehungsweise heute nico ist es schon heute heute ist es schon es geht schon los der hat schon kümmerflammen kriege ich schon orgasmen alles klar das jetzt jetzt geht es soweit der random run wird abgesagt abgesagt da muss aber erst mal eine ankündigung raus bringen ja stimmt auch wieder wie gesagt kommt ja morgen beziehungsweise heute schon raus ja heute also werden wir auch dazu ein paar videos raus weil ich habe gar nicht umgestanden du hast gar nicht umgestanden werden wir natürlich auch ein paar videos ich habe den schlüssel echt soweit es aussieht ja er wird auch ein paar videos von uns auf die auf jeden fall geben zusammen für die deute dies freut wir werden natürlich nicht konkret alle zusammen leveln weil wir müssen natürlich auch viel offscreen machen weil ganz ehrlich ein paar videos wird es von uns geben zusammen wir werden natürlich nicht konkret alle zusammen leveln weil wir müssen natürlich auch viel offscreen machen weil ganz ehrlich eine milliard über 65 kommen vielleicht schafft er noch 66 das wird man ja instant nach der kampagne aber da willst du schon gibt's kampagnen in dem neuen dorf ich glaube ich habe was von kampagnen gelesen also neue ich bin mal gespannt wie viele p die geben so 2 milliarden 2 milliarden drei level ab mit einmal nee was was wollte ich jetzt noch fragen wie sieht es eigentlich bei mir im damage aus das vorletzte aber ich weiß nicht wann ich resettet habe ich weiß nicht mal ob ich einen beechee modus anhab ja gut ja sieht schlecht für dich aus ich bin beechee modus an alles klar ich bin keine ahnung wo kommt das denn er geht doch einfach dahinter loll was das ist hat er jemanden loll was ist das es sind er steven aber wieso bin ich vorletzte also ich meine wir haben zwei mädchen drin und dann aber wieso ist ja aber der 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 templars hinter mir ja ja siehst du ich habe nicht gesagt dass ich mit dem beechee gut bin aber gut ich bin auch nicht der beechee main also ich weiß auch ich bin der clary main wahrscheinlich kommen oha nico ich habe fast fast vergessen was die blumen haben mir das inventar zugemüllt und hier ist meine hose die ich gelootet habe oh guck mal an oh guck mal ich dachte die gehörte wem anders was habe ich jetzt was soll ich jetzt sagen dann für die leute die mir also natürlich gibt es natürlich oh nico gibt noch eine gute änderung ich sage gar nichts mehr ja bitte ja bitte hau raus man kann einfach man kriegt zwar nicht so viel geld aber man kann die items einfach verkaufen aus dem inventar was war und die wahl und everywhere überall ja aber es gibt ein bisschen weniger geld als beim npc ja aber zum beispiel wenn ganz ehrlich wird man weiß ja dass der mittlerweile die drop chance für epische beziehungsweise mystische rüstung die einfach mal an der neuen map droppt wieso läuft er mir hinterher der läuft mir hinterher und wo sind die keine ahnung der läuft jetzt ist er weg gegangen alles klar auf jeden fall droppt ja in der neuen map mystisch und episch und alles drum und dran sehr häufig und ich würde sagen dass es auch eine große geldquelle die man da einspielen kann wir haben doch erst 0.35 ne ich mach den boss nicht da können die mich mal der macht das nicht was ich jetzt hast hast du das jetzt mitbekommen eigentlich was ich gesagt hab ne jetzt gerade nicht ich für die leute die für die leute die das gerade schon gehört haben du sprichst mir aber immer ich sag gar nichts mehr ihr habt ja gehört das hast du eben schon mal gesagt blablabla hä wieso wie viel laber ich hab dich die ganze zeit labern hören ja ich hab ja auch gelabert aber du hast mir nicht zu gut ihr habt draußen gehört ist mir egal wie gesagt also videos wird es auf jeden fall zu 5.0 auf unseren beiden kanälen geben wir können natürlich nicht komplett haar genau gleich sein wie nico bitte in die kommentare ich habe nichts gehört wieso soll man sowas tun das gerade gesagt ja ihr habt alle draußen gehört ich guck den boss an der ist voll random was macht der templar wusste überhaupt er steht hier ne wo steht was will er machen er hat kretzen nico hat kretzen ja gut das kann man jetzt nicht naja komm jetzt tun ja nochmal zur wiederholung wir werden zusammen was raus kloppen natürlich wenn wir nicht gleichzeitig sein wie beim letzten level weil das einfach von der statu aus nicht geht weil steven schon ja ich meine generell vom grundgerüst aber nico ist voll der lauch was hat das denn jetzt damit zu du hast die statu ich bin ein lauch okay ja aber ich bin der big show für die leute nicht kennen big show ist ein wrestler der zwei meter lieber den mark henry oh gott ich will es jetzt nicht erklären auf jeden fall werden wir vom grundbau angefangen mit randomness ja wenn wir vom grundbau nicht gleich sein weil steven einfach mehr quest hat von vorne er hat insignia diese ganzen kampagnen quests diese dunkelblauen nicht gemacht weil er zu dem zeitpunkt den mage schon lange auf 65 hat das heißt er hat die noch übrig ich habe sie nicht übrig das heißt ich werde im nachteil sein gut ist auch okay gar kein problem wir werden trotzdem videos raus kloppen ich hoffe ich hoffe es gefällt euch trotzdem und ja wann soll ich denn was sagen du bist ja die ganze dran also muss ich ja ja aber wenn ich gerade unser konzept aber erklären bin was für ein konzept ich habe das gestern schon erklärt hast du hast du es gestern erklärt ja ich habe ein video gemacht beziehungsweise sogar zwei aber da hast du erklärt dass wir beide videos machen ja alles klar ich habe es nicht ganz gesehen ich bin ein größter fett schreibt mal die kommentare ich bin stevens größer fett oh nein dieser random run tut irgendwie gut es tut gut irgendwie mal komplett abschalten und einfach nur durchtrieben sein man ist einfach komplett durchtrieben ich sag eigentlich durchtrieben mit meiner statur ich sehe schon später stevens video wird heißen die statur oder sowas ne ja jetzt kall alter macht ihr mal mit feuer macht ihr mal mit feuer ja toll jetzt lebt er noch der hätte auch davor noch ich habe wohl hier drauf gemacht jetzt kommt jetzt noch kommt jetzt noch reicht nicht na egal ich steh drin ja ja jetzt drauf jetzt drauf wir sind beide auch zum ende mit dem ganzen random run schade eigentlich ich bin mal gespannt ob brenntus noch gelaufen würde muss eigentlich ist eigentlich wohl ja aber ich meine es wird sowieso supergut in der ganzen welt auch da muss man nicht rentus gehen aus dem neuen hier kommt noch mehr raus ich habe gewürfelt tut mir leid du würfelst eben du musst dich doch scheiße jetzt habe ich außersehen irgendwas angemacht das war ich habe das nicht bekommen ich habe schon du hast das bekommen ach da sind sie auch ich habe gerade nicht ohne mich scheiße ich habe außersehen so ein Schutzschild aktiviert was für ein Schutzschild wer war der das 3000 schaden absorbiert der hat hier gerade gruppeneisenhaut gezündet ne ja aber wieso sagst du Schutzschild 3000 schaden ja absorbiert insgesamt 3000 schaden ach das hast du aktiviert ja aus Versehen ja aus Versehen wieso soll ich das vom wie soll ich das vom Templer aktivieren ja deswegen war es ja so komisch ja die Statur ist halt nicht gleich ne so äh ich muss mir gleich was also keine ahnung hier ist es irgendwie kalt drin ja ups ich würfel schon wieder du hast ne 3 gewürfelt ich hab gar nix gewürfelt hä ach der andere hat ne 3 gewürfelt ja was hast du denn jetzt gelesen ja ich hab diesen von den Saikura gelesen Saikura Saikura sagt hört sich an wie ein Pokemon ach scheiße jetzt ist der hinter mir her schon wieder so typisch für randoms was soll das heißen was heißt hä wie kommt es dass alle weiter mit würfeln obwohl sie einen Teil haben das frage ich mich auch manchmal ja komm ich passe mal ich passe auch schon die ganze Zeit ich bin nett hab ja erst gar kein ich hab noch gar keinen Teil bekommen was labert der für ne scheiße Hb noch gar ich zitiere mal aus meinem Kind als Liebling für mich ja ich bin doch nur ein Egoist kennst du das? ne ich hab's gerade einfach so gesungen ich hab keine ahnung was das sein soll jetzt von einem äh von einem äh österreichischen Sänger meine Taster von Falco glaub ich oder so Falco Falco ich kenn den noch ich bin mir da jetzt nicht sicher aber ich glaub irgendwie so was ne meine Oma hört den echt? ja echt? ach ich muss ja dispeln ja denk dran ne guck mal dein fettes Petra aus ok das meine ich jetzt nicht ähm ja ich weiß dispeln ach kacke wieso krieg ich den Boss nicht ins Visier? ne kompletter Bull na gut wie gesagt ich bin nicht mit dem ähm ähm Bechi so eingespielt freundlich auch so äh ich hab nicht so viel Erfahrung mit dem Bechi über die Jahre hm ja so lange ist der Bechi ja nicht auf 65 macht naja mit dem blauen App da das läuft amok das läuft nicht das läuft einem Geist hinterher äh lass mich schon Ruhe du kannst den Geist einfach die ganze Zeit drauf lassen ne ja er bekommt den Schaden von den äh Dinger nicht alles klar mein Geist ist OP oh nein ich bin down GG oh mein Gott mein DPS nein retz mich Nico bitte ich komm nicht ich hab keine Redsteine mit mir doch ich hab 300 Redsteine dabei retz mich doch ich bin der ran aber ich bin wie ist jemand zuvor gekommen das ist jetzt mein bester Freund hier so abgehen du machst das mit dem Videos oder was mit dem war ich jetzt hier auch noch zu Ende ja war klar ich hör nur ich hör nur ja war klar da du könnt mir auch Verbesserungsvorstellungen in die Kommentare schreiben wie ich meine Bechi die Beste zu spielen habe ja kommen jetzt 10.000 Nachrichten du scheiß Arschloch du musst denn da dürft ihr euch hinten anstellen ich muss Nico schon alles erklären und irgendwie bringt das nix was haben wir da eh also die Lernkurve von Nico ist so ein bisschen Die ist nicht so steil, die ist eher so... Absinken. 1% Steigung. 9% kalte Luft. Für Display machen die Kunden sind jetzt alle tot. Ja lass mich doch, ich hab grad nicht geguckt. Ja, also wie gesagt, die Lernkurve. Was war das denn? Aua. Die Lernkurve und dann hustet er sich zu Tode. Trink mal was. Was ist das denn für ein Product Placement? Hm? Was hast du grade getrunken? Ähm... Das ist... ...vieh... ...vom... ...Westcliff. Alles... Scharp, du musst den blauen Ad machen. Wer macht den... Der heißt ja... Wahrscheinlich so... Der ist schon... Nee, der heißt Scharup. Scharup. Scharp. Scharp, Scharp. Das muss ich eigentlich als Spitznamen. Scharp. Hört sich auch an wie ein Pokémon. Ey, das ist irgendwie doof. Was? Ah, jetzt muss ich dispeln. Ja. Ich bin fast schon wieder doof. Wo ist eigentlich unser Klerik? Der killt mich irgendwie nicht. Oh, ich hab... Agro. Ich will nicht wieder sterben, nein. Wieso schlägt auf dich zu viel rum? Ja, weil der Templar da umgegangen ist. Wieso ist der denn schon wieder... Der krittet mich? Nicola hat mich grad gekrittet, der Arsch. Er krittet mich. Wer ist dort? Du hast mich in Ruhe. Ah. Gut. Ich hab grad einfach meinen Wassergeist rausgeholt, ne? Ich will, dass du wieder dabei bist als Unico. Ja, ich weiß, ich bin cooler hier. Die wird sterben. Oh, da ist wieder was drauf. Ja, toll. Und ich sterb noch da dran. Ja, sei doch... Ja, da ist noch was drauf. Hiiii. Sei doch froh, dass ich das noch gedispelt hab... Äh, nicht gedispelt hab, sonst wär's... Ja, das ist mir doch egal, ich bin tot. Ja, das wär doch egal gewesen. Dann bist du jetzt nicht mehr in der Agro. Das ist echt, ne? Alter, wenn ich jetzt... Ich bin jetzt übrigens bei 51% schon. Wenn ich jetzt eine Facecam anhätte, ne? Dann würde ich meine Hände sehen, die rumfuchten. Ja, ich hab grad so mit den Händen rumgefuchten. Ich weiß auch nicht, wieso. Alles klar. Ähm... Äh, was bin ich im Damage? Irgendwas Gutes? Oh, du bist Dritter. Ja? Klar. Alles klar, ja. Guck mal. Ich hab dir keine Konkurrenz, ne? Richtiger Bozzo. Jetzt kommt wieder Flame. Ich seh's. Ähm... Alles klar, stimmt. Boah, ey, mich regt das so auf. Wenn ich die ganze Zeit auf meine Aktionsleiste gucke und ich einfach nicht seh, dass... Ich bin manchmal ein echt Trottleger, Mensch. Alles klar. Sagen wir... Ja, also ich find das, äh... Können wir schon wieder zur Lernkurve kommen. Jetzt lass meine Lernkurve und Rudi's hoch. Also meistgehend. Also eigentlich nie... Jetzt, komm, lass mir... Hör mal auf, sonst wird's noch peinlich. So. Rudi's exponentiell steigend. Oh. Oh. Wär doch hier nicht ein Key. Ich? Uh. Oh. Will ich nicht. Der hat mir grad... Der hat mir grad noch geschrieben... Der hat mir grad noch geschrieben, bleibst dabei in der Gruppe, ne? Hä? Aber ich kann die Kiste nicht aufnehmen. Warte mal. Ja, ja, ja. Gut. Hä? Ich kann die Kiste nicht aufnehmen. Ich hab nichts mehr im Inventar frei. So. Ähm, so. Was wollt ich jetzt sagen? Dann, äh, verabschiede ich mich hier von diesem Random Run mit Steven. Jo. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Oh, war ganz viel zu sehen, ne? Jo.